Wie gesagt, die Videos und das Unboxing, ich hoffe, der eine oder andere Kollege kommt da noch mit rein und sagt, ja, ich unboxe das auch. Und es haben sich ja sicher auch mehr Leute gekauft. Wir sind übrigens live, so wie ich das sehe. Hoffe ich. Ja, ich habe erschrecklich viel Rückmeldung auf diesen einen Post bekommen. Ja, total krass, oder? Hier, ich habe mir eine kleine neue Kamera gekauft. Aber sie ist, ich habe sie ja gestern Abend mal ausprobiert, weil ich das natürlich heute vielleicht noch eventuell ein paar Erfahrungen kundtun wollte. Funktioniert auf den ersten Blick ganz gut. Also dieses Tracking. Das ist total heftig. Würde ich sagen, gucken wir uns später auch. Also wir machen ja auch hier so ein entspanntes Stündchen in der privaten Mittagspause, wer der Arbeitgeber, logischerweise. Und da gucken wir uns auf jeden Fall mal das Video an, weil da habe ich tatsächlich noch so ein paar Spock-Fragen. Also das ist Easter Egg würdig, würde ich mal behaupten, wenn man das entsprechend umsetzt. Aber ja, wir unterhalten uns über gute Lehre, vielleicht manchmal auch nicht so gute Lehre. Aber wir versuchen es wohlwollend und positiven Content sozusagen rauszufeuern. Wir haben jetzt das mal wieder nach dem Semester, das vor dem Semester genannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist halt tatsächlich gerade so irgendwie dazwischen. Also die letzten Klausuren werden jetzt eingesichtet. Dann werden noch ein paar Schleifen gezogen. Irgendwie die ersten Noten hat man auch schon. Und dann dropselt es noch so nach. Und ja, gestern die Woche war jetzt Delphi-Konferenz. War aus meiner Sicht sehr, sehr spannend. Ich habe auch Artikel, von denen war tatsächlich weiterempfohlen, als es dann um, wie könnte man das dann neu machen mit Prüfungen. Guter Input. Ich habe deinen Artikel natürlich auch gelesen. Das ist sehr gut. Das ist, ja, das ist eher so. Ich bin noch in der Phase der Erstlingswerke. Aber ich fand den ganz schön, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ihn auch weiterempfohlen. Das ist gut. In unserer Arbeitsgruppe. Ja, es hat halt, also gerade das mit den Prüfungen, es ist ein Fass ohne Boden. Also du fändest immer noch eine Schleife, wo jemand sagt, und habt ihr nicht. Und so war das auch nach meinem Vortrag. Und habt ihr da nicht. Und dann noch ein komplett neues Keyword mit rein. Ja, ich glaube, also ohne jetzt das Riesenfass der Online-Prüfung nochmal aufzumachen. Aber, also wahrscheinlich werden wir uns in einem Jahr über so Hybrid-Settings so ähnlich unterhalten. Also ich glaube, wir sind bei Online-Prüfungen immer noch so irgendwie, wo man vielleicht vor 100 Jahren mit einem Auto war. Ein Auto ist irgendwas, was vier Räder hat, ein Lenkrad und Brummbrumm macht. Und dann diversifiziert sich das irgendwie immer so aus. Ja, und jetzt sagst du halt irgendwie, ja, es gibt so ein Kombi und einen Kleinwagen und einen Sportwagen und ein SUV und alles und jenes. Und ich meine, ich glaube, so eine Taxonomie, so Klassifizierung werden wir auch irgendwann für E-Prüfungen haben und sagen, ja, das ist jetzt halt. Und ich meine, das gibt es natürlich jetzt auch schon eine Multiple-Choice-Klausur und es gibt Take-Home und es gibt Open-Book. Und irgendwie hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen und auch nicht. Und also was mir zum Beispiel bei unserer letzten Präsenzklausur jetzt bei der Kontrolle wieder negativ aufgestoßen ist, diese ganze Papierkram. Ein Student stellt eine Frage hier, warum habe ich da bei der Aufgabe nur so und so viele Punkte bekommen? Und dann sagt man halt, ja, weiß ich auch nicht, weil der Hefter, wo ihre Klausur drin ist, der ist halt gerade nicht bei mir, der ist bei irgendeinem anderen Kollegen im Büro. Und ich weiß auch jetzt nicht wo und deswegen kann ich ja auch nicht so schnell hingehen und nachgucken. Und das ist halt viel, viel, viel schöner und viel, viel, viel einfacher, wenn man halt das alles einfach eben, also diese Prüfungsabwicklung halt online macht. Also ich glaube bei uns, die Studis können weiter auf Zettel und Stift schreiben, aber am Ende der Prüfung, auch in der Präsenzprüfung fotografieren sie es einfach ab, laden es hoch und der Rest passiert halt online. Und selbst wenn man, also ich muss ja gestehen, selbst wenn man das dann komplett online macht, das haben wir ja auch gemacht, über quasi eine Moodle-Instanz. Und dann druckst du halt doch noch fast jede Klausur aus, weil die wollen zur Einsicht, die muss archiviert werden. Also nur weil was digital ist, ist so ein bisschen dieser Witz mit der E-Mail, dass man E-Mail ausdruckt, einscannt, das PDF weiter verschickt oder auf dem postalischen Weg. Ah, a long road, a long way to go sozusagen. Genau, und wie gesagt, jetzt ist alles so dazwischen und irgendwie geht es dann im Oktober wieder los, aber es hat ja auch jede Unruhe. Genau, und bei mir ist schon in zwei Wochen mein Mathematik-Vorkurs. Ach krass, ach der, das ist ja, dann schließt sich ja sozusagen unser Themenkreis, wenn ich mich rechne, das erste Mal, weil wir haben ja mit deinem Mathe-Vorkurs angefangen. Also eigentlich müssen wir jetzt schon mehr als ein Jahr rum haben, wir sind ja auch schon bei Folge 14 heute, wenn nicht, und wir streamen ungefähr einmal im Monat. Also eigentlich, das macht Sinn. Eigentlich haben wir schon irgendwie mehr als ein Jahr rum, wir haben schon, wir haben unser Jubiläum schon verpasst. Das ist ja super großartig. Ja, ich meine, das ist ja das Schöne an diesen informellen, also ich habe größten Respekt vor den Leuten, die wirklich so richtig rigide Blogs führen. Und auch David Lohner macht ja auch so Wochen, sogar auf Wochenbasis, das finde ich total krass. Oder auch Monatsbasis, so Rückblicke, wo ich auch krass, ich bin froh, wenn ich das vor mir im Blick habe und da alles sozusagen nid- und nagelfest ist. Einige Lehrer oder einige Direktoren in der Bubble machen ja auch wirklich, also ich habe da größten Respekt vor, auf deinem Blog, wo ich so diese längeren Repliken. Und deswegen finde ich ganz gut, dass man für Video auch einfach mal ein paar informelle, ich meine, letztlich jagen wir das ja auch einfach nur dann auf YouTube hoch. Genau, also gerade ist es so eine Zwischenphase. Ich würde sagen, wir gucken mal in diese, ja, in deinen Roboter-Video-Helfer, hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann können wir vielleicht auch vom KIT reingehen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. So, also um sozusagen das mal einzuordnen, wir hatten uns beim letzten Mal über diese Pentel Zoom, wie du sie genannt hast, Kamera unterhalten. Genau, die PCS. Und ich habe die dann irgendwie drei Tage später bestellt und dann dauert es eine Weile, bis sie ankam und dann hatte ich jetzt auch viel zu tun. Deswegen lag sie bei mir rum und deswegen bin ich erst wirklich gestern Abend dazu gekommen, sie auszuprobieren. Und habe ein kurzes Video gemacht. Und jetzt sind wir? Da drunter. Ne, da noch. Ne, noch da. Irgendwo muss das aber auch da sein. Das wäre völlig explodiert. Wir machen mal da drunter, noch unter meinem Video, da Antworten anzeigen. Noch eins runter, noch eins runter, da Antworten anzeigen. Und da muss, glaube ich, da. Nein, das ist der Hashtag. So, genau. Und das habe ich gestern Abend halt ausprobiert. Ich habe das dann in ein etwas längeres Video, das habe ich auch schon hochgeladen, immer einmal aus meiner Smartphone Perspektive und einmal aus Zoom aufgenommen. Das ist jetzt die Aufnahme aus Zoom. Dummerweise hat man, ich habe da zwei Mikrofone umzuhängen, dieses Roto Wireless Go, dieses weiße, das hat irgendwie nicht funktioniert, das hat mein Handy nicht erkannt. Deswegen klang der Ton an meinem Handy dann total blöd. Da muss ich jetzt nochmal einfach den Ton aus Zoom runterschneiden. Ja, und man macht dann, man macht komische Handbewegungen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hallo, in diesem Video möchte ich. Nee, 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 hold up. Das fand ich, das fand ich auch sehr spannend, weil das eine Frage klärt, wie kann denn die Kamera dir überhaupt, was, das machen wir mal. Ja. Kurz das technische Setup vorstellen, mit dem ich plane im kommenden Semester ein paar hybride. Also Ton ist schon schlecht, muss man, muss man leider so unter uns jetzt einfach mal sagen. Ja, das ist jetzt halt dieses Samson-Mikrofon. Also wenn ich das, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich das Lavalier-Mikrofon, das war wahrscheinlich so ein bisschen von meinem Kragen verdeckt. Wenn ich nachher das zwischendurch dieses Handmikrofon in der Hand habe, klingt es auf einmal deutlich besser. Unfassbar gut. ... Übungs- und Sprechstundentermine in den Grundlagen der Elektrotechnik anzubieten. Ich bin in einem Sprechungsraum, der ist nicht allzu groß, es gibt hier diese... Und ganz ehrlich, das ist schon ein cooler Effekt, so, ja, hallo, willkommen. Ja, wir machen heute mal ein bisschen. Und ich bin hier und du zeigst, du gehst und auf einmal, als hätte halt, als würde jemand, als hättest du gehilfen. Und die technische, also dieser erste Effekt, ich glaube, wie so oft, da schaut man sich, der ist schnell weg. Also der kommt schnell und man ist sehr schnell in dieser Aufmerksamkeit drin. Und dann gewöhnt man sich dran. Und ich glaube, wenn man dann wieder auf starre Bilder zurückkommt, dann fühlt es sich wieder komisch an. Also, cooler Effekt. Das Smartboard und das, was ich eigentlich zeigen möchte, ist diese kleine OBS-Bord-Kamera, die automatisch schwenkt und Personen verfolgt. Ja, und auf dem, deswegen steht er daneben, doch, sieht man jetzt so am linken Bildrand, da steht halt noch meine Handykamera mit einem Stativ auf dem Tisch. Aus der Perspektive habe ich das halt auch aufgenommen und da sieht man dann zum Beispiel eben die Kamera blinken, wenn sie eben diese Gesten erkennt. Und ich habe das halt gestern Abend, also die leuchtet im Normalfall grün und dann zeigt man halt diese ominösen Gesten hoch und dann fängt sie an, blau zu blinken. Und irgendwie kann man bestimmt an dem blauen Blinken auch so erkennen, hat sie die Geste jetzt erkannt und nicht, das habe ich mir aber noch nicht so richtig, das habe ich noch nicht durchschaut. Aber laut blinken, ist das ein Ton oder ist das einfach nur hell? Nee, äh, nee, blau blinken. Ach, blau blinken, ich habe laut blinken so. Nein, 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 die leuchtet grün und dann blinkt sie auf einmal blau, wenn sie diese Gesten erkennt. Was mich jetzt nochmal interessiert, ob das wirklich, also sie sah, es ist, es soll ja angeblich 1080p sein, also Full HD, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mein Problem mit Zoom ist einfach, was da rauskommt, ist halt kaputt gebutchert. Das ist halt x-fach komprimiert. Man könnte sich, glaube ich, das Signal vorher schon rausziehen, es trotzdem an die Leute in Zoom schicken, aber sich trotzdem, wenn man zum Beispiel aufnehmen will, sich das vorher rausziehen. Aber das sind jetzt nur so technische Signalketten. Das wäre mit Sicherheit möglich, also dieses Video da ist wirklich halt einfach nur Hard-Di-Zoom-Aufnahme und die ist, glaube ich, schon relativ krass komprimiert, weil das ist nur, weiß ich, vielleicht 100 Megabyte groß, dieses Video für die drei Minuten. Stativ vor mir auf dem Tisch steht, die kann man noch durchschreiben. Ja, aber ich meine ansonsten, das ist jetzt nur mit Kunstlicht, das ist nur mit den LED-Deckenstrahlern, die man da jetzt so ein bisschen in dem Whiteboard sich reflektieren sieht. Und klar, meine schüttere Haarpracht spiegelt natürlich ein bisschen in der Decke oder darin spiegeln sich die Deckendichter, aber ansonsten finde ich jetzt für, ich habe das gestern Abend um 22 Uhr aufgenommen, das ist kein bisschen Tageslicht. Ach, hat der Raum Fenster? Der Raum hat Fenster, ja, der Raum hätte auch Fenster. Okay. So, Südseite? Ja, nee, wie gesagt, auch über das Layout würde ich mich später gerne unterhalten, weil ich glaube, also ich habe es mehrfach angeguckt, ich glaube, du musst einen Teil des Raumes, dort wo sich quasi die Außenkanten der zwei Whiteboards treffen würden, also in deinem Fall hast du jetzt zwei, die muss man freihalten, sonst hast du Nacken und Haarprachten von Lernenden im Blick. Ja. Genau, aber jetzt erstmal, ich habe mich natürlich tun gescheitert. Ja, genau, und du sagst schon, wegen Aufzeichnung, das ist natürlich eine große Fragestellung bei diesem ganzen Format, ist das jetzt was, was wirklich nur für die synchrone Hybridphase ist, die überhaupt gar nicht aufgezeichnet wird oder wäre das eben so, wie ich das sonst bei meiner Sprechstunde gemacht habe, das ist schon auch okay, das irgendwie nochmal bei Twitch parallel und dann zumindest so in so einer Zehntageskonserve zu haben, wie komfortabel fühlen sich Studierende damit, da jetzt halt mit im Raum zu sitzen, wenn das eben gleichzeitig auch noch in das weite, große Welt, weltweite Internet hinaus geblasen wird. Ja, stimmt schon. Und der Andreas vom KIT hat natürlich gesagt, bei ihm sowas wird halt niemals nie aufgezeichnet, solche Formate, was absolut verständlich ist, aber es werden super viele Studierende kommen und sagen, ja, aber warum kann das jetzt halt nicht aufgezeichnet werden? Definitiv, definitiv. Weil ich kann da aus diesem und dem Grund eben nicht live dran teilnehmen und sobald halt Leute in Zoom dran teilnehmen, ist es ja eben auch wieder technisch nicht ausgeschlossen, dass sie es halt nicht auch lokal auf ihrem Rechner aufzeichnen, auch wenn es natürlich nicht erlaubt wäre. Böse, böse Leute, vorher Fragen. Böse, böse Leute, ganz genau. Ne, das stimmt. Ja, es ist echt so ein, ich finde es auch krass in dem Tweet, vielleicht, also jetzt springen wir so wieder mega krass, aber in dem Tweet hattet ihr ja auch irgendwann gefragt, genau, das ist eine mega wichtige Frage, die der Andreas da gestellt hat. Deine Frage ist, wie viel für euch hybride definiert und ich habe schon den Tweet von Peter Englern direkt im Hinterkopf gehabt, für mich ist es zeitgleich interaktive Live-Teilnahme von unterschiedlichen Orten aus über verschiedene Medien und ich bin ja persönlich der Meinung, dass du dem nicht gerecht kommen kannst, weil du zwei unterschiedliche Auditorien hast, ich weiß nicht, wie du das siehst, also zumindest it's complicated und ich, ah, wir haben das, wir haben das, ich habe das im Berufsumfeld bei einem großen deutschen Maschinenbauer probiert und weil dann auch einzelne Leute und irgendwie, irgendwie hat es nicht gefunst, also selbst wenn du echt viel Geld auf das Problem wirfst und du, ich würde sagen, du hast ja jetzt so eine DIY-Lösung im weitesten Sinne, wobei sich was selber und extra bestellen, du hast beim Zoll drauf gewartet, so wie ich das verstanden habe, das ist so DIY-Plus, also es ist jetzt nicht irgendwie mit, aus Essig mal schnell irgendwas gebaut. Nee, ich meine, es ist schon natürlich eine kaufbare, kommerzielle Lösung und ich meine, ich sage ja in den Videos, es ist ein einfaches, günstiges Setup, klar, das Smartboard habe ich jetzt mal exklusive gehalten, das war halt da. Ja, aber ansonsten ist das, was halt Andreas auch in dem Video sagt oder was bei ihm beim KIT im Blogpost steht, ich sage mal roundabout 500 Euro, ja, also sagen wir mal 200 Euro Kamera, 100 Euro Stativ, 200 Euro Mikrofone hast du eigentlich alles, was du brauchst und klar, du brauchst halt noch einen Laptop dazu und, naja, das, was man halt so braucht. Wenn wir jetzt anfangen, irgendwie darüber zu diskutieren, ob man an der Uni einen Laptop braucht und ob das eigentlich, also dann, da kannst du auch sagen, die Stromrechnung muss bezahlt werden und die Stühle waren auch nicht umsonst und wir sagen seit Jahr und Tag, kauft euch Mikrofone, also selbst das Mikrofon würde ich nicht einpreisen, weil das brauchst du für so viele andere und wer bis jetzt noch kein Mikrofon hat, der guckt jetzt sowieso nicht zu. Also, ähm, ja, insofern würde ich sagen, die Kamera fair, irgendwie, was, was, 200 Euro, Dollar? 200 Euro plus 50 Euro Zoll ungefähr, also sagen wir mal roundabout 250, ja. Also ich war echt skeptisch, also vielleicht gucken wir mal weiter, ich war echt skeptisch, als du das vor ein paar Wochen vorher festgestellt hast und ich war so, hm, mal gucken, will ich mal. Äh, jetzt bin ich ein bisschen positiv überrascht, könnte auch an der Erwartungshaltung liegen, aber kannst du mal erklären, war, wie, also ich frage jetzt mal so dumm naiv, wie kann die Kamera denn dir überhaupt folgen? Wie kann das denn sein? Also, ich vermute mal, da sitzt ja keiner drin, nein, ich vermute mal, als ich sie gestern angestellt, ich habe mir überhaupt nichts durchgelesen zu der Kamera. Also wie so ein typischer Kunde. Genau, wie so ein typischer Kunde, es gibt auch kein Handbuch oder irgendwas dazu. Ich habe das Video von Andreas angeschaut, wo er die Gesten erklärt und dann, das war mir eigentlich genug Informationen, um das selbst auszuprobieren. Moment, die benutzen die gleiche Kamera? Die, die, äh, Andreas benutzt die gleiche Kamera. Ah, das wusste ich nicht, dachte, die hätten wieder so ein KIT Special, wir haben zwei Jahre eingefroren, okay. Nein, 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 sie benutzen genau die gleiche Kamera, so. So, und ich habe die Kamera angeschlossen, einfach per USB an den Rechner. Ich hätte sie vielleicht gestern auch ein bisschen anders hinstellen können, aber das USB-Kabel war zu kurz. Deswegen, äh, also in diese Perspektive, die du gerade schon beschrieben hast, bin ich nicht reingekommen. Ähm, und habe sie einfach angeschlossen und da machte sie halt ein Bild, sie folgte mir aber noch nicht. Und dann habe ich halt, weil ich diese Geste kannte, irgendwie diese Geste gemacht, ähm, und dann folgte sie mir auf einmal. Und ich glaube, im Endeffekt, du schließt sie an, sie bleibt erstmal still stehen und irgendwie das Gesicht, was dann im Bild ist, was diese Geste macht, ich glaube, darauf lernt sie sich an. Und folgt halt dem Gesicht, weil das ist ja die nächste Sache, was passiert, wenn du mehrere Leute im Raum hast. Ja, wir haben ja auch dieses Logitech-Meetup-System und dieses Logitech-Meetup-System, das erkennt einfach, ich sag mal so, Gesichter. Und versuch dann so im Raum hin zu zoomen, dass du halt alle Gesichter irgendwie ganz gut drauf hast. Und das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Ähm, insbesondere wenn die Leute Masken tragen, das habe ich gestern nicht probiert, erkennt dich diese Logitech-Kamera halt nicht mehr. Das wäre jetzt mal interessant bei dem... Das ist sehr spannender, ja. Bei dem, bei dem Dings herauszufinden, bei dieser OBS-Bot-Kamera. Weil was ich interessant fände, ich meine, du trägst ja eh schon einen Transponder, dann kann man da quasi noch einen zweiten zuschließen. Ob man nicht sozusagen einen klaren Sprecher identifiziert. Ob man halt sagt, ich als Lerner bin wahrscheinlich eh, also nicht im Sinne von, dass ich das Wichtigste im Raum bin. Aber dass die Kamera, ja, also ob man halt einfach sagt, okay, ich trage eben noch einen kleinen Beacon und den könnte man ja auch übergeben. Und dass die Kamera dann einfach weiß, gerade wenn es um Seminare oder so geht, wer davon relevant ist. Ich hatte das am Anfang eigentlich so verstanden mit diesem Wurf-Mikrofon, dass sie halt das Wurf-Mikrofon, was ja in diesem gelben Tafelschwamm drin steckte, dass sie die Kamera auf das gelbe Objekt angelernt haben, weil das natürlich auch total einfach wäre. Und wo auch immer man dann diesen gelben Tafelschwamm hingibt für die Diskussion, da zoomt dann halt die Kamera hin. Das sieht man, glaube ich, gleich in diesem ganz kurzen Video. Irgendwo kommt zwischendurch ein gelber Schwamm. Das hat ja, genau, da liegt schon der Schwamm. Ja, genau. Okay, und das ist auch, also das ist diese kleine Bot-Kamera hier. Genau, die hat unten ein Stativgewinn, OBS-Bot. Das ist natürlich irgendwie frech, OBS-Bot. Okay, das Stativ, also, ja, und Stativ, kauf halt irgendein Stativ. Also ich habe halt auch so ein ähnliches von einer anderen namhaften Firma. Es gibt natürlich auch andere tolle Stativfirmen. Ja, okay, vor allem sieht hier auch nichts. Also, weil kurz dazu, also, wenn man jetzt irgendwie eine Kamera hat und irgendwie kauft euch für Teuergeld, vier, fünf, wobei das ist noch nicht mal so teuer, aber kauft euch eine Kamera, dann stellt die bitte auf ein gescheites Stativ und irgendwie nicht was von 50 Euro von Mediamarkt. Das riesig, also, das wird ich halt, habe ich am Anfang auch mal gemacht, aber... Bitte nicht sowas hier. Ey, das ist halt, also, ja, das kann man mal machen, also, das muss sich immer nicht machen, aber das ist halt eine absolute Schwachstelle. Und wenn das halt irgendwie runterfällt, ist halt, also, wenn es die Kamera überlebt, aber dann bricht halt irgendwie ungefähr was ab. Ah, das würde wehtun. Klingt alles nach Schmerz, ja. Ja, aber, also, es muss irgendwie zusammen, weil das wäre ein Bottleneck, aber das scheint zu passen. Und, das hat man auch gerade gesehen, langes USB-Kabel. Ja, langes USB-Kabel, das fehlt mir halt noch. Aber es ist ein normales Standard-USB auf USB-C-Kabel, das kriegt man natürlich überall zu kaufen. Genau, das folgt automatisch. Das finde ich schon, also, ich meine, wir sind jetzt hier echt nitty-gritty, aber ich meine, Sky-T ist hier Exzellenz und so. Das ist, glaube ich, zu weit weg. Also, ich glaube, das ist unrealistisch. Er zoomt ja gar nicht gleich. Ja, also, von der Kamera, genau. Also, genau. Dann kommt halt wieder diese Zoom-Geste. Und dann kann man schon was. Diese Mikrofone, da kann ich halt nicht. Die sind, glaube ich, sehr nice. Gibt es wahrscheinlich eben auch von anderen Mikrofonfirmen sowas, was das so ähnlich kann. Das ist halt so mit integrierter Ladeschale. Was ich sehr cool finde, ist, dass man hier da halt auch irgendwie direkt in der Lautstärke ringen kann, luten kann. Und dann, ja, das macht halt ansonsten das, was ich mit meinem ein-, zweikanaligen Empfänger für Ansteck- und Handmikrofon habe, was ich auch im Ding zeige. Ja, vor allem, was ich mir auch, ja, was ich mir auch da vorstellen könnte, dass man halt tatsächlich eher Tischmikrofone bei denen, also, man hat ja hier irgendwo studiert, also, äh, quasi hier unten rechts bei mir im Bild, dass man halt sagt, okay, ähm, dann sind halt, äh, da Mikrofone, wie so ein bisschen wie bei so einer UN-Konferenz, und dann sollen die Teilnehmer doch bitte selbstsouverän sagen, an oder aus. Also, von Jabra gibt es ganz coole Sachen, also auch so Rundmikrofone, ähm, das natürlich dann so halt mein Nachbar drein sein könnte, aber wenn ich rede, äh, jetzt rein analog in Präsenz, wenn ich mich melde und was sage und mein Nachbar fängt nebenan zu sprechen, das würde man ja auch hören, also, ja, da würde, da hinkt der Vergleich nicht. Falls jetzt jemand, weil ich versuche sozusagen, will ich als Lehrender, ich will ja eigentlich in den Raum kommen und anfangen, das ist ja eigentlich so die, die Grundprämisse. Wenn ich dann anfange, sind die, äh, Headsets geladen, ich glaube nicht, dass man damit Lehrende in der breiten Masse überzeugt. So, so Freaks wie wir, aber die wollen einfach nur anfangen. Und dann soll die Kamera einfach permanent da sein. Ja, naja, also, ich, ich, ich glaube, ähm, das Setup jetzt hier, ähm, ist halt sowas, das ist so ein Bring-Your-Own-Device-Setup, ne, ähm, 500 Euro, sagen wir mal vielleicht 600 Euro, zwei Kilogramm, das kriegt man zusätzlich noch irgendwie mit in den Rucksack rein. Äh, macht natürlich, wenn ich jetzt nur wieder sage, ich will dann Experimente machen, ich habe ein Messgerät und so, dann sind das halt nochmal zwei Kilo mehr, die ich mit mir rumtrage. Das ist jetzt, glaube ich, nichts, was man fest in einem Raum installieren würde, sondern das ist eher so, so ein Bring-Your-Own-Device-Hybrid-Setup. Wäre auch eigentlich super cool für meine Outdoor-Übung, ähm, geeignet. Ähm, und ich glaube, nicht permanent. Also, ich würde gerade sagen, dass es sich lohnt, zu sagen, wir haben X-Normale und wir haben auch fünf hybride Räume. Ja, aber ich glaube, also, für so eine, ähm, permanente Installation würde ich halt eher so ein Logitech-Rallye oder sowas nehmen. Na gut, da kannst du halt zehn von so Räumen ausstatten, ne? Ja, genau, und ich meine, dann ist halt die Frage, ja, dann ist es, äh, das skaliert natürlich hier preislich irgendwie, irgendwie eher, ja. Ähm, wie viele Leute kriegen, gehen in euren Logi-Raum? Äh, gibt's verschiedene Räume, aber ich meine auch so roundabout, ähm, also im Normalfall würde ich sagen, hätten die so 30 Plätze, dann ist durch die Frage, wie man die halt belegt unter, äh, Covid-Bedingungen. Ja, okay, 30 ist ja sogar relativ viel, ja. Also, wir haben jetzt wohl auch einen, einen großen ehemaligen Hörsaal ausgestattet mit so einem Decken-Array-Mikrofon-System. Ich will nicht wissen, was das gekostet hat und das, äh, kann halt anhand der, ähm, der Pegel der Mikrofone, wahrscheinlich haben die auch eine gewisse Richtwirkung, halt erkennen, wo wird im Raum gesprochen und gibt die Information weiter an Kamerasystem, was dann da hinzoomt. Und das, äh, ich, wie gesagt, ich, äh, ich, 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 ich oute mich mal als großer Skeptiker. Ich weiß, das finden, ich höre von vielen, äh, auch gerade von Profis sagen, okay, wir werfen da jetzt eine gewisse Menge Geld, äh, auf dieses Problem und, und löschen das Problem damit. Deine Tasse hat ein Smiley unten? Meine Tasse hat ein Smiley unten. Ein Smiley unten, das ist ja verrückt. Diese, diese jungen Leute immer, Leute. Und ich, ah, also ich kenne mir mit dem Mikrofon so ein bisschen aus und eigentlich willst du, das ist so eine Grundregel, du willst eigentlich so nah an, an den Sprecher, deswegen sieht man dein Mikrofon im Bild unten als schwarzes, man sieht jetzt meins, man könnte auch weg, aber es klingt automatisch, ja, hier ist der Standard, Hendrik ist für den Moment weg, es klingt automatisch nicht so, nicht so großartig und deswegen bin ich da sehr, 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 sehr skeptisch, was solche Setups angeht. Ja, also ich glaube, das ist, man, man, ähm, man bezahlt das einfach durch einen x-fachen Preis der Mikrofone, dass da halt entsprechend viel, äh, Post-Processing hinter ist und, äh, sozusagen irgendwie digitales herausrechnen der Raumakustik und des Raumhalls und so. Ich glaube, man kann da halt viel machen, aber das, ähm, man kann halt auch einfach ein Ansteckmikrofon nehmen und das Licht an den Sprecher ranbringen und das hat dann eben im Zweifel eine genauso gute oder bessere Klangqualität für, äh, ein Zehntel des Preises, ja. Also auch auf jeder, äh, wenn man das mal mit anderen Formaten vergleicht, also hier so Bundespressekonferenz oder die PK, die wir uns jetzt auch schon gewöhnt haben, ähm, dann haben die ja auch diese Schwanenhals-Mikrofone heißen die, die man selber als, als Hauptredner quasi oben auf der Bühne oder auf, ja, was einem Lehrenden, glaube ich, recht ähnlich kommt und dann hast du eben mal die, äh, Süddeutsche Zeitung XY, die werden auch jetzt nicht geworfen wie hier, das wäre aber eigentlich auch ganz witzig mit so einem Schwamm und, und da steckt natürlich auch irgendwo, äh, große deutsche Marken, die mit S anfangen. Ja, also auch da hat man auch nicht, weil ich meine, die haben ja wahrscheinlich auch fast unbegrenzt Budget für so Räume, würde ich mal behaupten, da hat man auch keine Decken-Arrays benutzt, also ich will darauf hinaus, andere Industrien haben, in der Video- und Tontechnik wird heute noch geangelt. Ähm, ja, so. Genau, weil wir verlieren uns ein bisschen in, in Audio, ähm, äh, Defendanzen. Wurfmikrofon finde ich echt witzig. Ist eine super, super gute Idee. Was mir hier auffällt, dann muss, das sind halt zwei Variablen, die hier wichtig sind, man muss werfen können und studieren und müssen fangen können und auch wieder zurückwerfen, also man muss selber auch fangen können. Aber es ist, ja, ich meine, am Ende, du kannst das Ding ja halt auch rumgeben, du könntest das halt auch werfen und ich meine, mein Handmikrofon, was ich in meinem Video zeige, das kannst du halt nur rumgeben, das jetzt zu werfen ist. Ja, doch, das kannst du einmal werfen. Einmal werfen und dann. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns das noch zu Ende an und dann, ähm, oh, die Einblendungen sind schon schick. Genau, was hier noch, wie gesagt, KIT, Liebe geht raus, aber es sind halt neun Plätze. Das darf man, oder es sind sogar da nur acht. Ja, das darf man halt nicht. Ja gut, der eine Stuhl da vorne, den hat er halt weggeschoben, also sagen wir mal neun. Sagen wir mal neun, fairerweise, von mir aus, wir können noch zwölf draus machen. Unsere, die, in meiner Definition auch als Student, Übungsgruppen gehen bis zu 25 Leute. Ja. Da muss der Raum direkt doppelt so groß sein, qua Abstand und auch in dem Raum, wenn jetzt Rona irgendwann vielleicht weg geht nicht, aber auch da passen keine 25 Leute rein und das ist relativ wichtig und dann unterhalten wir uns noch gar nicht über so Faxen wie, ist das jetzt aufgenommen oder nicht. Das ist egal, weil der Raum würde das gar nicht hergeben. Ja. Ja, okay. Aber klar, also den Raum, den ich halt gestern gezeigt habe, der ist halt auch sehr klein. Da passen vielleicht, sagen wir mal, acht Studierende, zehn Studierende im Normalfall rein und vielleicht eben sechs. Ja, ich würde auch sagen, wir hören einmal die gute Tonaufnahme bei dir. Das ist so großartig. Also hier ist noch zu einem Empfänger, der per UD. Hier ist noch Kamera, echt? Ja, ja. Und das ist ein Zweikanal-Empfänger, der… Achtung, Leute, so klingt es und so soll es klingen. So könnte es klingen, wenn man… Auf dem zweiten Kanal auch noch dieses Handmikrofon hier empfangen, das wäre zum Beispiel gut wenn… Ah, ja. Ja. Das hat man auch, wenn es irgendwie ein Plenum gibt und dann gibt es vorne ein bisschen Austausch von irgendwelchen Experten und dann hast du ein Riesenauditorium und dann stehen Leute so zwei Meter näher ran und dann… Und auf einmal hört man sie richtig. Das, ja, das ist schön. Studierende eben Fragen stellen, das kann man dann im Raum rumreichen. Ansonsten könnte man auch das Raummikrofon eines Logitech-Meetup-Systems nutzen, was ja auch in diesem Raum installiert ist. Ja, und ansonsten, also was mir halt an dem Setup gefällt, dann eben diese Smartboard-Geschichte. Man kann da halt reinschreiben. Genau, das kommt ja jetzt noch. Genau, ohne dem, ohne dem KIT-Setup dort so nahe zu treten, aber ich glaube dieses Schreib was analog an das Whiteboard für die Leute in Zoom, das kannst du lassen. Also das, das sieht halt kein Mensch. Das ist die Version 2 von Nimm dich auf, während man Bild in Bild deine angebeamerten, angezeigten PowerPoint-Folien sieht. Also, so ein bisschen, klar. Aber muss man auch mal zu sagen, das KIT waren jetzt die Ersten, die sich damit in, also ich glaube andere haben da intern irgendwie was gemacht, aber auch so ein Demo-Video aufnehmen muss man auch mal fairerweise sagen. So ein First Mover muss man ihnen einfach zugestehen. Ähm, ja. Das ist halt, ganz kurz nochmal, also das ist ja ein dicker Oschi. Also, ich hab schon... Das ist ja 86 Zoll. 86 Zoll. Also ich meine, so diese 55 oder auch 65 Zoll Fernseher wohlgemerkt, da kann man nichts draufschreiben. Also doch, man kann einmal was draufschreiben. An die hat man sich ja irgendwie schon gewöhnt, aus dem Privaten oder aus irgendwelchen Foyers. Aber 86 Zoll. Deswegen auch mein kleiner Witz zwischendrin mit, man darf die Stifte nicht verwechseln, wenn man dann alles in der Drogo-Whiteboarden holt. In den Räumen würde ich verbieten, dass man andere Stifte überhaupt hat. Ach, ach, da ist ein Whiteboard drin. Ja. Oh mein. Also, ich sag glaube ich, in jeder Folge Cognitive Load ist halt auch gegeben, ne? Stifte, Mikrofon, welche Beacons, die Kamera. Aber gut, muss man halt... Auf diesem Smartboard ein Whiteboard freigeben, könnte ich hier irgendwas anzeichnen. Was so in der Elektrotechnik... Ja, und ich meine, das ist natürlich jetzt hier einfach die Blackmagic von Zoom, dass dann Zoom eben jetzt die Bildschirmaufnahme aufzeichnet. Ja. Und trotzdem das Videobild halt dann als Picture-on-Picture mit reinnimmt. Ja. Und egal, wo ich jetzt hingehe, mich dann eben trotzdem zeigen würde. Also, das ist so genau das, was ich beim letzten Mal beschrieben habe, so wie ich mir das in etwa vorgestellt habe. Wobei man auch da wieder sagen müsste, Hacki-Hacki geht auch wieder vieles, dass man sagt, okay, wenn... Also, man könnte noch ein paar Wenn-Dann-Bedingungen reinbauen, um es halt auch noch ein bisschen flexibler zu machen. Und das hatten wir auch schon gesagt, du hast ja jetzt... Ich stelle mir, ich meine, ich kenne die Räume bei euch ja nicht, aber ich stelle mir das halt so einen rechteckigen Standard-Seminarraum vor, der definitiv breiter als tief ist. Wäre das... Oh, der ist recht quadratisch. Ah, okay. Also, wenn nicht, musst du mal auf mein... Ja, wir gucken uns mal das andere Video an. Ja, genau. Und das andere Video ist halt nämlich im Prinzip jetzt aus der Zoom-Perspektive gefilmt. Da spreche ich halt in das Handy. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich guten Ton auf dem Handy haben mit diesem Rode Wireless Go und das... Ja, aber das ist wieder das typische, Henrik. Man bestellt sich ein Mikrofon und dann kann man das Mikrofon nicht benutzen, weil der Adapter, um es an das Smartphone anzuschließen, fehlt. Der 3,50 Euro Adapter von, was weiß ich, einem 3-poligen Stecker auf einen 4-poligen Stecker. Ja, TRRS auf TRRS 4. Genau. Ja, ja. Der ist ja sogar gekachelt, der Raum. Also, Leute, das ist eigentlich das Schlimmste. Audio-Technisch ist der... Audio ist die schlimmste Vorbedingung. Also, krass. Okay, aber das ist jetzt die Perspektive von dem Smartboard. Das ist die Perspektive von dem Meetup, genau. Genau, okay. Und davor sieht man halt auf dem Tisch, deswegen habe ich das halt mal in dieser Totale aufgenommen, ne? Ja. Maus und Tastatur, das kleine Stativ mit dieser OBS-Bord-Kamera drauf. Ja, also hier. Okay, jetzt sind wir mal fair und zählen auch mal. Also, wie gesagt, das ist so ein Examen aufs Probe. Also, hier vorne sitzt einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier vorne würde ich sagen, nicht. Sonst hast du den irgendwie im Nacken. Ja, und man kann an die Seite, wo jetzt mein... Links steht ja mein Smartphone auf dem großen Stativ. Ja. Da kannst du natürlich auch noch irgendwie einen Tisch hinstellen. Also, ich sage mal, ich weiß nicht, wir haben schon unter Nicht-Corona-Bedingungen mit 12, 15 Leuten in diesem Raum gesessen. Aber das macht auch nicht unbedingt Spaß. Aber ich könnte das Smartboard natürlich auch in irgendeinen anderen Raum rollen bei uns im Gebäude. Aber so viele andere, wir sind halt eher ein Büro- und Laborgebäude. Ja. Also, es macht halt auch keinen Spaß, ne? 86 Zoll durch die Gegend zu schieben. Ja, so richtig schiebt man das Gebäude zu zweit. Also, ich meine, ich erhöhe sogar auf 15 und unter Nicht-Corona-Bedingungen, dann sitzen da, also, ich saß auch schon irgendwie auf der Treppe. Nicht oft, aber ab und zu passiert's. Kannst auch 20 reinknallen. Ob das dann noch eine Übung ist, die du hybrid machen willst, ist es dann mal dahingestellt. Aber auch hier, schön sind irgendwie acht, neun, zehn Leute, würde ich sagen. Ja. Und das muss man halt wissen, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt eine Kamera für einen Raum und über so Späßchen wie, man ist in dem Raum und überträgt aber das Bild, was man auch in Zoom hat und sonst wo in einem zweiten Nebengelag oder ins nächste Gebäude, das könnte man ja von der Signalkette auch relativ entspannt machen. Aber dann brauche ich halt auch wieder den Raum und, ähm, hab auch wieder nicht genau dieses gleiche Feeling. Und dann ist wieder die Stelle, wo ich mich sage, dann bin ich irgendwie weder richtig im Raum, musste aber anreisen, dann hätte ich auch in Zoom bleiben können. Also ist wahrscheinlich dieses im nächsten Raum sich rüber. Dieses im nächsten Raum bringt eigentlich kein, das ist so ein bisschen wie, äh, Public Viewing dann von Lehrveranstaltungen. Das kann vielleicht ganz nett sein, wenn man da irgendwie so mit seinen Peers sitzt. Ja, aber das machen die eh. Also ich hatte auch die Erfahrung, ohne das jetzt groß angeleitet zu haben, ähm, dass sich Lerngruppen dann zusammen in Vorlesungen geschaltet haben oder auch in Übungsgruppen und, äh, weil sie eh, äh, Nachbarn im Wohnheim oder so waren. Ja. Ähm, das machen Studierende, also ich, ein paar Sachen sollte man anleiten und ein paar Sachen, finde ich, kann man auch einfach mal vorschlagen. Aber ich schlage auch keine Lerngruppen vor, das kann man gerne untereinander. Mal den Tipp geben, dass das eine gute Idee ist, aber jetzt irgendwie nicht, wählt euch rein. Und das ist aber ein Tipp, den kann man geben, aber den muss man meines Erachtens nicht anleiten. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, die habe ich, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. ...technisches Setup vorstellen, mit dem ich, ich hoffe, das ist jetzt schon ein paar Minuten. Ja, und da spreche ich halt in das Smartphone, weil ich eigentlich dieses Video, das werde ich heute Nachmittag auch hochladen, aber da ist halt der Ton, äh, den das Handy aufgenommen hat, nicht sehr gut. Ja. Und deswegen schiebe ich da dann nochmal den anderen Ton hier aus dem Zoom rüber. Aber wo ist jetzt genau, das ist dein Handy hier oben? Das ist mein Handy, genau. Und der OBA. Moment, das kleine Teil ist die... Aber das ist die Kamera, genau. Sieht aus wie ein leeres Sektiv, krass. Und da siehst du halt, dass dieses kurze USB-Kabel da, was jetzt so einmal quer durch den Raum zu dem Smartboard geht, eher das, was die halt mitgeliefert haben, so weiß ich nicht, 1,50 Meter lang. Ja, und jetzt bin ich halt auf diese kleine Kamera umgeschaltet und jetzt ist sie eben wieder in diesem Verfolgungsmodus. Ja. Und hinten auf dem Tisch sieht man halt meine ganzen, jetzt bin ich halt reingezoomt, meine ganzen Peli-Cases liegen. Ganz kurz zu dem Zoom. Er kann quasi 0 und 1, er kann einmal voll reinzoomen. Genau. Oder nicht. Okay. Genau. Also vermutlich kann man auch noch irgendwas anderes machen über die Software halt, aber... Ja, gut, aber du willst ja eben nicht Software bedienen, weil sonst könnte ich auch sagen, mach halt einen zweiten Hiwi und der soll umschwenken, sobald du irgendwie... Ja, okay. Was halt wichtig für den Abstand ist und mit dem Abstand wird sozusagen der Raum vordekliniert, wie breit oder wie das Setting auch sein kann. Ja. Das ja, du bewegst dich jetzt, ein Punkt, auf den ich hier auf wollte, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier einen Winkel reinzeichnen würde, dann würde ich sagen, brauchst du halt schon, ja, eigentlich diesen kompletten Bereich hier oben bis zu dem Bereich hier unten frei von Menschen, Komma, wenn du keine Leute mit dem Rücken oder mit dem Gesicht oder sonst wie aufzeichnen möchtest. Ja. Okay, also genau, das ist halt die Frage, wie stellt man, also muss man das, möchte man das sicherstellen, dass da halt keine Studierenden drauf sind, ansonsten muss man das natürlich irgendwie so gucken, dass man sich so hinstellt oder, aber ich meine, wenn man sie nicht schwenken lässt, dann brauchen wir auch keine schwenkbare Kamera. Ja gut, also ich meine, der Chip und der Sensor, der da drin ist, ist jetzt wahrscheinlich keine, nicht der Preiswert, den sie dafür wollen, um es mal vorsichtig zu sagen. Also du kriegst mehrere Geräte, die die gleiche Leistung haben für das gleiche Geld und dann wechselt man halt um. Um, ähm, ja. Hm, aber okay, das ist irgendwie so ein Viertel vom Raum und ich finde auch die Debatte so ein bisschen überhitzt, ob man jetzt Studierende mal sieht oder nicht. Das hat, sagen wir mal ganz ehrlich, das hat vorher auch echt niemanden irgendwie gejuckt, ob, es wurde auch nicht hinterfragt, wenn Folien gemacht worden sind oder Fotos von Folien aus der letzten Reihe, was ja auch so ein Antipattern bei Studierenden ist. Und wenn da die, ähm, der Hinterschopf noch drauf war, ja, Datenschutz schön und gut, aber ob man jetzt irgendwie, ob das die erste Frage ist, die man sich bei einem hybriden Setting stellen sollte, glaube eher nicht. Was sagst du da alles so? Du, was sagen Sie, gehört ja, natürlich Lautsprecher, sodass man auch den Audio-Rückkanal ganz gut hinbekommt. Und, ähm, dadurch, dass dann beide Mikrofone, ähm, über das eine Gerät laufen, kriegen die Videokonferenzsysteme, wir zoomen das auch mit der Audio-Rückkopplung ganz gut hin. Und ich gehe jetzt nochmal einmal. Stimmt, Audio-Rückkopplung hatten wir noch gar nicht als Thema. Das, ja, das ist also, die Studis, die mit im Raum sitzen, können natürlich auch gerne mit in dem Zoom-Meeting drin sein. Nee, das macht so kaputt im Kopf, also, das kriegst du nicht hin, das ist halt doch so ein bisschen Latenz. Ja, genau, und ich meine, da musst du halt aber eben, äh, da müssen alle Mikrofone auf weiteren Endgeräten, die in dem Raum sind, eben auf stumm geschaltet sein, äh, und auch, äh, keine Audio-Ausgabe haben. Ja. Ähm, oder eben auch da stumm geschaltet sein, dann geht das, also dann sieht man halt die Bildschirmfreigabe, man kann über den Chat, äh, interagieren mit den anderen, äh, man sieht die Bildschirmfreigabe eben direkt auf seinem Gerät. Und was ich jetzt hier in dem Video auch nicht sage, ähm, ist mir dann gestern im Nachgang auch irgendwie noch eingefallen, also, natürlich kann nicht nur ich da einen Bildschirm freigeben und da was ranzeichnen, es könnten eben auch Leute per Zoom, ähm, ein Whiteboard freigeben und da was zeigen, die können auch irgendwie gerechnete Beispiele, ähm, über die Bildschirmfreigabe zeigen, irgendwer im Raum könnte von seinem Laptop was freigeben, sodass es eben auf dem großen Bildschirm zu sehen ist und auch von einem anderen Leuten im Raum gesehen wird. Ich, das ist ja auch so ein Riesenvorteil von Zoom, den man vielleicht sonst so gar nicht sieht, ne, also, früher gab's so, kennst du noch diese Geräte, die man, ähm, per VGA oder so an Beamer angeschlossen hat oder per HDMI, die ein WLAN dran hatten und dann konnte man sich mit sozusagen diesem Access Point verbinden, ja. und konnte darüber Wireless seinen Bildschirm freigeben und dann konnte man diese Bildschirmfreigaberechte im Prinzip im Raum rumreichen, ja, seit Zoom vollkommen obsolet, man geht halt einfach nach Zoom-Meeting, gibt seinen Bildschirm frei, man braucht keinen, äh, Wireless-Beamer-Adapter mehr, so. Bitte geben Sie die PIN ein. Genau. Ja, das stimmt. Ähm, und, also, ich glaube, das ist schon in dem Setup, auch wenn ich das jetzt in dem Video nicht erkläre, das ist schon eigentlich ein supergeiler Vorteil, ähm, dass man dann sehr schön halt nur so verschiedene Lösungswege, keine Ahnung, wie bist du da rangegangen, wie ist die Person da rangegangen, was hat das für Nachteile, äh, diskutieren kann. Und das halt technisch sehr schlank und sehr schnell läuft, ähm, einfach sehr schnell zwischen diesen Bildschirmfreigaben hin und her zu wechseln und dann eben auch trotzdem an dem Smartboard durch das Zoom-Kommentieren-Overlay immer die Möglichkeit zu sagen, ah ja, hier, das ist der Lösungsweg vom Studenten oder von der Studentin und jetzt machen wir mal noch irgendwie Häkchen dran, äh, das ist richtig, an der Stelle, äh, wird's irgendwie ein bisschen strange und da könnte man das vielleicht so über so und so rechnen oder da fehlt, äh, irgendwie noch das oder, äh, da ist das Vorzeichen falsch, da fehlt die Einheit, keine Ahnung. Ja, selbst wenn man jetzt kein Giga, also ich hab mal grob durchgedacht, also der erste Vorteil ist halt, du kannst dich so, wie du schon immer gelehrt hast, natürlicher lehren oder Fragen beantworten, wie auch immer, weil ich glaube, das ist ein Vorteil, das kennen, weil was, was Leute, was man kennt, das liebt, sagt man ja, wenn man jetzt, äh, und eben, dass, dass Leute, dass das Zoom sozusagen die, ja, das ist schon so ein Regieassistent, du hast quasi den Videoassistent, äh, in der Kamera eingebaut, das ist der Grund, warum das Ding 200 Euro oder Dollar kostet, plus 50 Euro Zoll und man einen Moment drauf wartet, das muss man ja auch sagen, kannst jetzt nicht zum Mediamarkt gehen und sagen, äh, gerne einmal die Kamera, muss man also wollen und dann ist Zoom ja der, so, so eine Art Regieassistent, der eben sagt, okay, wenn Freigabe, dann hab ich dort, man kann ja auch einstellen, dass mehrere Leute freigeben, das wäre ja auch möglich, muss man aber dann wieder selber vorher einstellen. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, so ganz pragmatisch, wenn ich jetzt kein 86 Zoll super duper Smartboard habe, könnte man, dann erübrigt sich so ein bisschen dein Rumlaufen, weil das Rumlaufen kommt ja vor allem zwischen analog und digitalem Whiteboard oder Flipchart und, also irgendwie Whiteboard und X, weil ohne digitale Quelle kann ich mir, glaube ich, das ganze Setup mehr oder minder, ich will nicht sagen sparen, aber, ja. Ja, also, ähm, Da, da gebe ich dir absolut recht, man könnte halt natürlich, ich sag mal auch, äh, um sich dieses super duper teure, äh, Smartboard zu sparen, halt einen normalen Fernseher hinstellen ohne Touch oder halt einen Beamer benutzen und halt einfach auf ein, äh, schmuckes, äh, Zeichentablet schreiben. Das wollte ich auch gerade sagen und dann kannst du einfach sitzen und einfach, äh, für alle gleichzeitig schreiben. Genau und dann, dann sitzt du aber halt, äh, wieder und sobald du sitzt, brauchst du keine schwenkbare Kamera, weil du sitzt halt immer an der gleichen Stelle. Ähm, ja, im Prinzip funktioniert irgendwie genauso, ähm, ist aber, ähm, ja, weiß ich nicht, also die, irgendwie ist man halt so, äh, das steckt so in uns drin, dass man halt irgendwie gerne vorne steht oder so im Raum rumläuft. Ja, klar. Das hast du doch nicht fünf Jahre promoviert, um dann, um dann zu sitzen. Ah, in jeder Ironie steckt eine Wahrheit. Ja, ähm, schon, aber ich, es muss halt schon irgendwie zum Inhalt passen, ähm, wenn man jetzt, ich versuche ja auch nicht nur in unseren Disziplinen zu denken, ähm, in anderen Disziplinen ist man froh genug, wenn man einen digitalen Input hat, den man irgendwie zeigen kann, Texte besprechen, Modelle, wie auch immer. Ähm, oder dass Leute sagen, schön, dass ihr zeichnet, wir benutzen Jupyter Notebooks und wir machen eh, also wir brauchen, wir müssen nicht zeichnen, sozusagen und dann, ja, aber der, der Punkt ist definitiv, dass man natürlicher lehren kann. Auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder Folien zeige, also wenn jetzt da, wenn ich das analoge Whiteboard mit einem Beamer oder einem Projektor ersetze, wo dann wieder Folien gezeigt werden, was ja so die Ursprungslehr, boah, ja, dann, dann, dann brauche ich das nicht. Nee, nee, also ich glaube, das ist schon so, ähm, ne, ich, ich kann halt das Whiteboard nutzen und ich kann halt dieses Zoom kommentieren als Overlay über beliebige Inhalte, also ich kann mir halt, weiß ich, ein Schaltbild aus unserem Übungsheft, einfach eine PDF-Datei im Hintergrund, ähm, als Bildschirm freigeben und dann zeichne ich halt in das Schaltbild schon mal irgendwie Strom- und Spannungspfeile ein, schreibe da ein paar Formeln dazu, ähm, das mache ich dann halt an der Tafel, das ist auch, also an diesem Smartboard ist auch eben total intuitiv, das dort zu machen, ähm, was ich immer nett finde, ist, dass der Stift sich nicht mitbewegt, wenn man das halt irgendwie so macht und, ja, wie auch, also, wie, ne, ihr müsst ja irgendwie über Induktion vorher wissen, wo du bist und ich weiß nicht, wie teuer das ist, jetzt noch die, na gut, also, dass der halt die, ähm, ich weiß nicht, warum der Zoom-Stift sich einfach nicht mitbewegt in dem Video, die Linie bewegt sich ja, aber die Stiftspitze halt nicht mit. Aber egal, ähm, ja, und dann kann ich da halt was einzeichnen, das auch irgendwie intuitiv, das an diesem Brett zu machen und alle sehen das halt, dass man das da so macht und so und dann kann ich aber auch sagen, okay, ich setze mich mal kurz vorne an meinen Dozentenplatz, da, wo man jetzt halt gesehen hat, wo Maus und Tastatur liegt, oft in der Totale und, äh, reiß halt mal Matlab an und, äh, oder Octave oder irgendwie was im Programm auch immer, LTSpice und simuliere halt was, ja, und dann sieht man das in der Bildschirmfreigabe auch und die Kamera schwenkt dann halt automatisch zu mir hin, wie ich vor der Tastatur sitze und die Leute sehen eben trotzdem weiterhin mein Gesicht, mein Gesichtsausdruck, was ich so erzähle, ähm, und, und das finde ich halt schon irgendwie eine super coole Idee. Wie du sagst, es ist halt flexibler, ne? Ich kann das eine machen, ich kann das andere machen, ich kann, könnte halt auch eben an das analoge Whiteboard rübergehen und da ein bisschen was anmalen auf die Gefahr hin, dass man es vielleicht nicht so gut sehen kann, auch dass ich, dass ich es nicht ohne weiteres abspeichern kann. Ich hab, wir haben früher halt natürlich auch Sprechstunden, ähm, und Übungen an analogen Tafeln und Whiteboards gemacht, die dann am Ende fleißig von allen abfotografiert wurden, ähm, und nie wieder angeguckt worden sind, darüber redet nie einer. Äh, die werden selten, auch wenn man da Wissen fotografiert oder so kann. Ja, wahrscheinlich ist das so, weil man auch dann da schlecht was erkennt. Aber, äh, nur fürs Gewissen. Bei, bei den Sprechstunden hab ich schon oft danach den Inhalt von dem digitalen Whiteboard abgespeichert und das konnte man eben dann auch super schnell und super einfach per Moodle-Kurs und so teilen. Ähm, sodass ich das, das Whiteboard, äh, oder dieses Smartboard auf jeden Fall schon zu schätzen, ähm, gelernt habe, ja. Ja. Das heißt, in deinem Fall musst du jetzt irgendwie nur noch gucken, dass dein Mikrofon nicht zum Bruch geht, wenn jemand mit der Antwort nicht zufrieden ist, du schiebst. Naja, vielleicht, vielleicht besorge ich mir auch einfach noch da dieses andere Mikrofon, ähm, das, was, das, was ja Andreas in dem Video vorgeschlagen hat. Ich kannte die Firma leider gar nicht. Sagte dir dir irgendwas? Nö. Als, also. Ich, aber ich meine, keine Ahnung, ich hab halt so ein anderes eben, das, was ich da dran habe, das gibt's auch als Zweikanal-Version, ähm, vielleicht, vielleicht besorge ich auch das einfach nochmal. Ich finde es schon in Ordnung, dass man irgendwie Studierenden zutraut, ein 60-Euro-Hand-Mikrofon irgendwie. Okay. Okay. Kennst du auch, also. Ja, definitiv. Kannst du jetzt irgendwie sagen, ja, und was ist mit der Kontakt? Ja, aber, ja, man ist halt im gleichen Raum und das mit der Maske fände ich noch spannend, was du gesagt hast, dass, ähm, du nicht weih, also, wenn man eh nur dich sieht, geht's wahrscheinlich, weil du bist das einzige Kopfförmige im Bild, ähm, und ein Trollversuch, den ich noch spannend fände, ähm, falls ihr irgendwie eine Pappfigur habt oder so, halt die mal daneben, um einfach zu gucken, äh, weil ich mein, ich weiß nicht, ob man die Kamera als künstliche Intelligenz, also, würde ich jetzt nicht sagen, es ist eher Mustererkennung im weitesten Sinne, und dann würde ich, äh, wäre einfach so, so ein, so ein Trollversuch, um zu sagen, okay, kann das zum Beispiel auch, ähm, nicht, nicht echte, aber menschenähnliche Formen abdecken, ja. Genau, was vielleicht noch spannend zu erwähnen ist, ich hab dann gestern Abend zum Test mal, ähm, als ich Zoom schon zu hatte oder Zoom meine Videos komprimierte, wollte ich noch mal kurz ein Kamerabild haben und hab dann die Kamera einfach in der Windows-Kamera-App aufgemacht. Mhm. Ähm, und dann in der Windows-Kamera-App zeigt sie halt einen blauen Kasten an, um das Gesicht, was sie erkannt hat. Genau, also, das wäre, wenn ich das kurz simulieren kann, das wäre sowas hier, dass man, dass man eigentlich weiß, okay, wo soll er hin? Genau, genau. Eigentlich will man das ja nicht, also es sieht ja als sehr komisch aus. Und wahrscheinlich weiß ich nicht, wie das, ob das als ein Overlay mit irgendwie übergeben wird und Zoom das dann halt rausfiltert oder, äh, wie das jetzt irgendwie in diese Windows-Kamera-App reinkommt. Okay. Aber zumindest kann man das in der Windows-Kamera-App, da könnte man dann wahrscheinlich nachvollziehen, wenn ich jetzt mein Gesicht nochmal in A4-Größe ausdrucke und als kleinen, äh, Papp-Aufsteller, äh, sozusagen, äh, neben mir hochhalte, ähm, ob ich dann zweimal erkannt werde oder. Ja, oder du hängst es dann ans Whiteboard und dann kann man auch einfach gucken, wie gut die Kamera, also so, so testen das sind mich tatsächlich, weil, ja, hier mit irgendwie acht Leuten, äh, ganz nett, aber wir müssen das irgendwie auch immer für, ich sag jetzt mal ganz böse, nicht technisch affine Menschen mitdenken oder wenn, wenn Poster, äh, in so einem Raum, der Raum ist jetzt relativ kahl, äh, hängen von irgendwelchen, und Menschen sind ja auch oft auf Poster, weil die dann besser und emotionaler wirken, ähm, also ich könnte mir einfach vorstellen, wenn man auch ein bisschen Grundrauschen in so einen Raum reingibt, dass so eine Kamera dann doch irgendwie, also, äh, wir müssen ja irgendwie jetzt, äh, reverse engineeren, wie, wie ist der Entscheidungsbaum in dieser Kamera aufgestellt und wenn keine Doku dabei ist, müssen wir halt irgendwie gucken, okay, ist ein, ist ein echter Mensch, der mehr Schattierung hat, aber eine Maske auf hat, wird der höher priorisiert, also im Sinne von, wird der besser erkannt von der Kamera oder ist es eher das, die Pappfigur, weil da der ganze, alles drauf ist, ja, das fände ich, finde ich ganz spannende Tests, falls du, falls du nebenbei Zeit hast. Ja, es sind so, ansonsten, wie weiß ich, dass man mal Apple-Handys freischalten konnte, indem man irgendwie ein Foto von sich genommen hat mit dem Kugelschreiber vor den Augen, was dann das Blinzeln simuliert hat. Oh Gott, ja, äh, ja, weil irgendwie müssen sie es ja, äh, irgendwie müssen sie diese Logik ja in die Kamera gegossen haben und das kann eigentlich nur mit, also ich meine, überhaupt erkennen, dies ist ein Gesicht, ja, das ist nicht das Problem, das kann, das ist der Autofokus in der Kamera, das ist bekannt, aber wie, wie sie dann priorisiert, äh, ich fand sie auch relativ schnell, muss ich sagen, ähm, irgendwo, irgendwann machst du ja, Ja, es gab so eine, wo ich einmal aus dem Bild laufe, ähm, ja, es kommt gleich, wo ich, wo ich den, ne, wir haben ein bisschen vorher, wo ich den Funkempfänger erkläre, ähm, wo ich sage hier, der, der hängt so per USB am Rechner, da laufe ich mal so kurz aus dem Bild, ja, da, wo du so kurz vor für die Teile scrollen, so vielleicht bei, keine Ahnung, 1.30 oder sowas, da, da laufe ich kurz aus dem Bild, genau, und jetzt komme ich wieder zurück und jetzt erkennt sie mich und jetzt schwenkt sie halt ganz schnell nach, ne? Ja, das ist schon, also, weil, muss man halt auch sagen, der, der Motor muss halt mithalten, hört man den Motor, oder? Okay, das ist, dann haben sie da irgendwie was Gescheites reingebaut, ist halt auch das störenfälligste, also ich meine, das störenfälligste an einem Gerät, ähm, wenn der kaputt ist, ist die schwenkbare Kamera eine nicht mehr schwenkbare Kamera. Schönes, schönes Ding, also, ähm, das haben ja einige in der Bubble geschrieben, ähm, irgendwie, ich hab viele Tweets aus, äh, in die Richtung haben wollen oder Berichte wollen, ähm, interpretiert, und ein, äh, wie es ortelt, hatte sich ja auch die kleine, äh, Kamera gekauft. Also, ich glaube, das ist die, wo man dann eigentlich, äh, sein Handy obendrauf schnallt, also ich glaube, von der kriegt man das Kamerabild auch aus, aber da ist einfach ein kleineres, äh, Objektiv drin und so, was jetzt nicht so eine wahnsinnig gute, ähm, ähm, Qualität liefert, und die, die ist dann eigentlich nur dafür da, ähm, um, ja, einzutrecken, und, und dann schnallt man halt obendrauf. Irgendwo hatte ich was mit On-Boxing. Irgendwo, irgendwo, ja, so, das ist die kleine? Genau, das ist diese kleine, genau. Okay, und das ist, das ist ja, Das ist, glaube ich, so die für die, ähm, InfluencerInnen. Ja, das geht so, ja. Ja, man schnallt eben sein Handy obendrauf. Ich meine, letztlich, äh, erinnert mich das sehr an, an elektrische Schwebestative, die auch einfach letztlich sagen können, wann das was, die Kamera soll einfach gerade gehalten werden. Ähm, deswegen, ich hab, ich hab das sozusagen erst gar nicht als Vollgebot erkannt, weil es sieht einfach aus wie ein Gyroskop-Stativ, wenn man so will. Ist aber natürlich, ähm, äh, einen Ticken günstiger, so wie ich es verstanden hab. Ja, ja, schöne Spielereien. Ähm, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie leer diese Box ist. Ja, genau. Ja, und der DC-Adapter, ich weiß gar nicht, was ich ja bestellt habe, aber du siehst, der hat natürlich amerikanische Anschlüsse. Ja, klar. Und das hat mich natürlich jetzt auch irgendwie drei Tage davon abgehalten, dieses Ding zu testen. Am Ende brauchte ich den DC-Adapter gar nicht, weil der, ähm, PC natürlich genug Power über das USB mitliefert. Ja. Aber ich glaube, das ist, wenn man, das ist halt irgendwie, weiß nicht, was an irgendeinen Anschluss anschließt, noch mal hinter einem Hub oder so, weiß nicht, wo, wo eben nicht genug Leistung rauskommt. Vielleicht, wenn man ein sehr langes USB-Kabel benutzt, äh, was dann eben nur die Daten überträgt und nicht, äh, die, äh, die Versorgung spannt. Wobei, wenn du zu lang wärst, das hat, ist, ich nehme an, dass das auch eine USB 2.0, also das wird kein Dreier sein, also das... Nee, ist, glaube ich, kein High-Speed-USB, nee. Und dann muss man irgendwie so ab drei, vier Metern eh, ähm, eine aktive Verlängerung nehmen. Ähm, und dann hast du da auch wieder genug Strom und Daten drauf. Also, ähm, ja, das ist halt, vor allem, wahrscheinlich hast du auch so eine Kiste, wo einfach genug davon liegt und wo einfach, äh, jetzt einfach mal wieder ein DC-Adapter drin liegt, äh, den du auf Jahr und Tag nicht mehr benutzen kannst. Ja, aber eigentlich habe ich den auch nur mitbestellt, um über die Grenze zu kommen, ab der es Versandkosten freigeliefert wurden. Ja, klassisch, klassischer Versandhandel. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, berichte bitte. Und, äh, wir könnten ja, ja, wir könnten ja auch mal einen Live-Test mitmachen. Das können wir natürlich auf jeden Fall mal machen. Also, ich hatte, ich hätte, hatte so vielleicht ursprünglich geplant, das halt heute zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, ach, naja, für dieses, ähm, Format, was wir sonst so machen, passt das vielleicht nicht ganz so gut. Ja, aber, also, ja. Ich habe dann gestern Abend noch das Video gemacht. Das stimmt wohl. Ja, also, da könnte man auch tatsächlich, ähm, also, da würde ich sogar antreten und sagen, man, ähm, da würde ich, da würde ich mit einem Alternativvorschlag ankommen und meine drei Kameras nehmen, drei Perspektiven und einfach via Handy steuern, wo ich halt gerade bin. ist vielleicht auch eine Option und dann, äh, Whiteboard hängt hier auch, äh, könnte man, könnte man einen kleinen Hybriden, wobei Hybrid wird es hier nie sein, weil in meinem Arbeitszimmer keine Studenten, äh, gehören, sie kommen nie nach Hause, aber man könnte zumindest diesen, ja, ich will ja auch Hybrid gar nicht so definieren, dass es eben synchron von unterschiedlichen Orten ist, sondern der Wechsel, äh, an unterschiedlichen Tagen, da, wo es passt, aber das ist eine komplett andere, leicht politisch aufgeheizte, äh, Diskussion in unserer Bubble. Aber da könnte man zumindest mal vergleichen, äh, wie, 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 die, äh, Signalketten, äh, Challenge sozusagen, ob man und wie man es sieht, genau. Genau. Schön. Wir sind mit ziemlicher Punktlandung. Ja, also, genau. Was, was an dem Teil auf jeden Fall gut ist, äh, es kommt direkt ein USB raus, man steckt es an den Rechner ran, es wird direkt als Webcam erkannt. Langweilig. Wir wollen HDMI, wir wollen Capture Cards, wir wollen Probleme mit Signalketten, wir wollen es kompliziert. Ja, und die, die, äh, ja, und die große Frage, die noch im Raum steht, äh, was ist mit, ähm, Gesichtern, ähm, Hinterköpfen, Rücken von, auch was auch immer, von Studierenden, ähm, und Aufzeichnungen, ja, dürfen Aufzeichnungen stattfinden, wie lange können sie gespeichert werden, ähm, und so weiter und so fort. Und zum Beispiel, also, was Andreas in dem Video sagt, ja, da müsste man hier halt einen Bereich im Raum machen, wo sich die Leute hinsetzen, die halt nicht gesehen werden wollen, das sind dann natürlich dann die Plätze, die als erstes voll sind. Ähm, ja, aber, kann, ja, nee, aber kann leere, nee, nein, nee. Nee, eigentlich nicht. Nein. Also, da muss man auch einfach sagen, sonst müsste ich ja auch weggucken, wenn jemand eine Frage stellt, oder ich, darf ich nicht mehr zuhören, muss ich stimmen, also, wo hört dieses, ich will nicht erkannt werden, auf, und wann wird mal gefragt, oder andersrum, Lehrende werden auch nicht gefragt, willst, willst, willst du da vorne stehen, und es würde sich, würden sich auch in, spätestens in der Evaluation bemerkbar machen, wenn man auch nie die Kamera anhat. Ähm, also, das finde ich eine leicht un- oder einseitige Debatte. Ja, es macht Sinn, das in gewissen Szenen, äh, oder in gewissen Situationen zu limitieren. Aber auf der anderen Seite, und das bringt uns zu diesem kurzen Ausschleif zu Online-Prüfungen, da fragt auch keiner, weil da, genau da will ich ja Leute identifizieren können und wissen können, gehörst du hier überhaupt rein? Und, als letzter Punkt, es ist halt auch so, das ist mehr Kampf als Teamsport. Also, wir haben irgendwie Audio-Video, wir haben den Inhalt, wir haben irgendwie Orga, wir haben Zeiten, von mir aus auch noch das Wetter, aber wo hört das auf? Und es müssen halt irgendwie beide oder mehrere Seiten daran packen, und dann wird auch eine Übung, dann kann, würde ich sogar ich sagen, dass eine Übung hybrid stattfinden kann. Aber, wenn halt nur einer arbeitet, dann, ähm, funktioniert es nicht. Ja. Ein sehr schönes Schlusswort. Schön, dann belassen wir es dabei. Gute Out, wir sind in zwei, drei, vier Wochen oder so bestimmt wieder am Start, dann vielleicht mit einer Signal-Technik-Challenge, wo bestimmt die Hälfte auf meiner Seite wieder schief gehen wird. Und, äh, der Kollege Mike Goffzi wird dann mit USB antreten und ich versuche mit HDMI dagegen zu halten. Vielen Dank fürs Einschalten, das Ganze wird in der, der Konserve, äh, vorhanden sein und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.